Um den Aqua Wasserfilter zu füllen, nehmen Sie den Tank ab und den Filter heraus. Nehmen Sie den unteren Teil ab, öffnen Sie den Deckel und füllen Sie eine ganze Tüte Entmineralisierungsgranulat Aqua Refill ein. Machen Sie den Deckel wieder zu und bauen Sie den unteren Teil von unten her wieder ein. Setzen Sie den Filter wieder in den Tank ein und füllen Sie ihn mit kaltem Wasser. Der Wasserstand muss nach Filterung des Wassers die Einfüllhöhe Max erreichen. Zuletzt bringen Sie den Tank wieder an seinem Platz an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020